Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed 2. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde, wir sind hier im Furli und wir gehen nun auf das Assassinen Grab ein. Das müssten wir irgendwie hier finden. Um euch kümmere ich mich später. Ok, das müsste hier unten sein. Ok, so starten wir das. Ok, so starten wir uns. So, das Grab heisst das Geheimnis von Ravaldino. Und hier gehen wir... Ja, das ist normal, dass jedes Mal wenn wir hier in den Assassin's Creed im Grab gehen, dass wir sofort gesucht werden. Wichtig ist, dass der Status nachher wieder resettet wird, damit wir außerhalb des Grabes wieder uns normal bewegen können. Das gibt es auch, das heisst... Jetzt habe ich was gehört... ... ... ... Das heißt, wir müssen entspringen und am besten gleich richtig. Voila, geschafft. Wir können mal schauen, was es hier gibt. Das hört sich noch an der Schatzkiste an. Wie ihr seht, manchmal ist es wirklich nicht wert, wegen 200, 300 Floriden. Den extra Weg, also die extra Meile zu machen. Auch hier. Ja. Ja. Immer schön rauf. Ok, so Principiel. Guter Flug. Sind es zwei, vier, fünf Wochen. Diese Kapuze sind doch so. Komm schon. Wir hätten diese zwei Herren sowieso erledigen müssen. Irgendwie. Mal sehen wir diesen Herren hier. Mit unserer versteckten Klinge erledigen können. Hat funktioniert. Wohin müssen wir nun? Das ist ein Balken. Dann probieren wir das Halt hier rüber. Das war wohl auch nichts. Hm, was habe ich wohl hier zu suchen. Da hinten ist auch noch mal einer. Und auch dieser hier ist erledigt. Wir können jetzt von dieser Seite nun probieren. Da haben wir die weiße Laken. Ich höre wieder eine Schatztruhe. Hier ist alles verschlossen. Hier ist alles verschlossen. Und hier ist alles verschlossen. Hier ist alles verschlossen. Und hier ist alles verschlossen. Und dann ist alles verschlossen. Ich bin sehr gut. 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 Halte ich gut fest jetzt hier. Ist abgeschlossen. Eins, zwei, drei Stück, uh, das sind größer, und dann hier wieder rauf, ja. Da, du wirst nicht entkommen! Hab ich auch nicht vor. Laju, was glaubst du, wo du hinrennst? Schneller, verdammt, er entkommt! Laju, da ist er, auf ihn! Irgendwas stimmt nicht. Und das war dein letztes Mal. Wir gehen nur mal schauen, ob es etwas Spezielles hier gibt. Keine Schatztruhe, keine Abkürzungen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, nein, nicht du. Das ist etwas mühsam mit dieser Winkelkamera-Stellungen. So, und das wäre dann ein cooler Kombo. Mal sehen, vielleicht bekomme ich noch eine Medizin von ihm. Nö. Das war nichts mit Medizin. So, hier das gleiche Spiel. Wir suchen die weißen Locken. Und hier sind die nächsten. Die Grabkammer finden. Das ist zeitlich limitiert. Das schauen wir uns zuerst an. Nicht so witzig. Wir müssen irgendwie hier rauf. Dann hier rüberspringen, dort rüberspringen, dort hinauf. Ja. Versuchen wir das. Das war nichts so gedacht. Das heißt... Das war nichts. 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 Und wir haben 1, 2, 3 Schatzkisten. Und beim dritten Versuch haben wir es dann geschafft. Perfekt, so nun haben wir 4 Siegel von 6. Und das war es für dieses Assassinen Grab. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weiter folgen sehen möchtet, dann wisst ihr was zu tun ist. Mittlerweile kennt ihr sicherlich den magischen Knopf zum abonnieren. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Don. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.